Der nachfolgende Artikel wurde auf hallo-meinung.de veröffentlicht. Corona-Tests werden kostenpflichtig. Ausgrenzung oder Abzocke? Warum lassen wir uns das bieten? Von Niklas Lotz. Kaum jemand hat noch positive Erwartungen an die sogenannte Ministerpräsidentenkonferenz gehabt und dennoch wurde man einmal mehr bitter enttäuscht. Die Zweiklassengesellschaft wurde offiziell eingeführt und ihr Starttermin ist der 11. Oktober. Ab diesem Datum werden die Corona-Tests kostenpflichtig, was bei einer gleichzeitigen Einführung einer Testpflicht für den Zugang zu Innenräumen der Isolation aller Ungeimpften gleichkommt, die sich das finanziell nicht leisten können oder wollen. Wie kann eine Regierung sich so etwas erlauben? Lange wurde damit immer wieder gedroht. Nun machen Merkel, Söder und Co. ihre Drohungen zur harten Realität. Wer sich nicht impfen lässt, der soll mit Konsequenzen leben müssen. Diese von der Politik so häufig betonten Konsequenzen bedeuten faktisch nichts anderes als Zwang durch die Hintertür und die staatliche Diskriminierung von all den Menschen, die eine Impfung ablehnen. Aus freier Impfentscheidung wird nun also Diskriminierung und Ausgrenzung. Ab einer Inzidenz von 35 soll es Ungeimpften nicht mehr möglich sein, ohne kostenpflichtigen Test die meisten Innenräume zu betreten. Das heißt also, wenn von 100.000 Bürgern gerade einmal nur 35 positiv getestet werden, bedeutet das schon einen Lockdown für Ungeimpfte. Da eine Inzidenz von 35 und höher wohl den gesamten Herbst und Winter bestehen wird, können sich alle Ungeimpften mental schon einmal auf eine lange Zeit vorbereiten, in der sie fast nichts mehr machen dürfen. Alle Beschlüsse der Regierung sind dieses Mal also besonders bedenklich, da sie selbst bei einer entspannten Lage, welche ja auch bei einer Inzidenz von 40 noch gegeben wäre, auf harte Einschränkungen setzt. Hat die Regierung diese Zahl 35 willkürlich gewürfelt, werden sich viele an dieser Stelle fragen. Nun liegt es auf der Hand, dass die Regierung bewusst eine niedrige Schwelle genommen hat, damit Ungeimpfte praktisch zu jeder Zeit ohne Test nicht mehr am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können. Die meisten Politiker geben das sogar offen zu. So ist zum Beispiel von verschiedenen Politikern immer wieder zu hören gewesen, der Impfdruck müsse erhöht werden, um die Herdenimmunität zu erreichen. Damit kommen wir hier der Wahrheit also näher. Ungeimpfte sollen also bewusst schikaniert und ausgegrenzt werden, um sie zu einer Impfung zu zwingen. Was Merkel so schön Konsequenzen eines abgelehnten Impfangebots nennt, ist Nötigung und wird bei einem Bankraub Erpressung genannt. Auch dort hat man die Wahl zwischen Geld oder Leben. Eine freiwillige Wahl ist das nicht. Ähnlich ist da die Wahl zwischen Impfung oder gar keine Grundrechte. Und genau genommen ist hier von Wahl keine Rede mehr. Wer aber nun seit bald zwei Jahren auf Restaurants, Kinobesuche oder Konzerte verzichtet hat, der wird sich vermutlich wohl kaum diesen Herbst von der Regierung erpressen lassen. Druck erzeugt Gegendruck, der meist zu Überdruck führt. Wenn auch absolut alltägliche Dinge wie der Besuch beim Friseur oder der Einkauf in der Modeboutique nur noch mit Text möglich sein werden, dann werden auf diese Weise eben mobile Friseure, der Onlinehandel und andere Gegenmaßnahmen Konjunktur bekommen. Es lässt sich wirklich niemand erpressen, der absolut keine Impfung will. Natürlich sind die Beschlüsse der Regierung deshalb aber nicht weniger verfassungswidrig und schädlich. Viele Ungeimpfte werden sich keinen kostenpflichtigen Test leisten können und daher vollkommen unfreiwillig nirgendwo mehr hingehen können. Soziale Isolation und in vielen Fällen auch eine Depression dürften die Folgen sein. Es macht psychisch sehr viel mit einem Menschen, wenn er sich dessen bewusst wird, dass er nun offiziell weniger Rechte hat und sich als Mensch zweiter Klasse wahrnehmen muss. Dass diese Regierung das Gefühl ernsthaft hervorrufen will und es als Impfdruck verharmlost, sagt sehr viel über das menschenfeindliche und totalitäre Denken der Verantwortlichen aus. Die Wahl zwischen Ausgrenzung und kostenpflichtiger Testabzocke ist keine Wahl, die es in einem demokratischen Land geben darf. Wer es daher auch nur auf irgendeine Art und Weise relativiert, was die Regierung hier entschieden hat, macht sich mit schuldig. Grundrechte stehen jedem Menschen zu. Eine Impfung ist keine Voraussetzung dafür. Man muss sich die Grundrechte nicht erimpfen. Warum wollen wir uns es also überhaupt bieten lassen, dass uns solche verfassungswidrigen Einschränkungen diktiert werden? Das ist die Frage. Also sollte jeder von uns in sich gehen und sich fragen, ob er bei dieser offensichtlichen Impferpressung einfach nur zuschauen will. Etwa aus Angst oder aus Feigheit. Am 26. September hat jeder die Chance, nicht feige zu sein und offensiv diese Regierung abzuwählen. Jeder sollte diese Chance nutzen. Weitere Beiträge finden Sie auf hallo-meinung.de. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Amen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Untertitelung des ZDF, 2020